Das soll sich also literally wirklich anfühlen, als wäre man mit dieser Brille wirklich in einem Alkoholrausch und ich würde sagen, ich setze die mal ganz kurz auf. Bro, das sieht alles richtig komisch aus. Oh mein Gott. Der Letzte, ist das der Letzte? Das ist der Letzte. Hier ist doch noch einer. Ja, komm, ich boxe ihn raus. Hier, komm. Habe ich ihn getroffen? 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 Habe ich raus? Warte, bin ich raus? Der erste und limitierte Merch von Lumex erscheint am 1.12. Im Bundle enthalten ist ein Pullover im Lumex-Design, eine Trinkflasche und gratis dazu gibt es eine handsignierte Autogrammkarte auf www.lumex.shop. Oh mein Gott, Leute. Heute wird es wieder mal geisteskrank. Ihr habt es vielleicht schon am Titel gelesen. Ich werde heute einfach mal Betrunken Stumacher spielen. Das Ganze wird so eine krasse Erfahrung. Es ist bestimmt ultra schwierig. Und ja, damit das Ganze auch eine Challenge wird, werde ich jedes Mal, wenn ich verliere, hier an dem neuen Frozen Glücksrad drehen. Und zwar werde ich nach jeder Runde, wenn ich verliere, jeweils 10 Mal hier dran drehen, bis ich vielleicht heute irgendwann den Frozen Valkyrie Skin ziehen werde, weil der ist ultra nice. Deswegen lasst mir dieses nice Video auf Ere jetzt ein Like da, abonniert den Kanal und ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Video. Let's go! So, und bevor ihr euch jetzt fragt, hä, wie wäre das, wache wäre ich, sich hier mit Alkohol zutrinken oder was? Nein, natürlich nicht, Freunde. Ich habe mir dafür etwas bestellt und das werden wir jetzt mal gemeinsam auspacken. Und zwar seht ihr schon, ist das Ganze ein kleines Paket und ihr seht schon, darin befindet sich eine Brille, meine Freunde. Ja, das Ganze ist eine Alkoholbrille. Das soll sich also literally wirklich anfühlen, als wäre man mit dieser Brille wirklich in einem Alkoholrausch und ich würde sagen, ich setze die mal ganz kurz auf. So, Leute, ihr seht jetzt hier diese Brille und ich würde sagen, ich setze mir die jetzt einfach mal auf. Oh mein Gott, Bro, das schaut alles. Oh mein Gott. Hallo? Wo ist die Kamera? Guck, guck. Oh mein Gott. Bro. Ey, der ist richtig schwindelig, das sieht... Hallo? Leute, ich sage euch ehrlich, so gleich zu spielen, das könnte dezent schwer werden, weil, Bro, hier ist alles total verschwommen und ich sehe... Guck, guck, sieht man mich? So, Leute, das ist jetzt hier gerade meine Sicht. Ihr seht das und ihr seht schon, hier ist alles. Useler verschwommen, wenn ich hier gucke. Oh mein Gott, Junge. Als ihr seht, auch hier jetzt Double Guys, Bro, das sieht alles richtig komisch aus. Oh mein Gott. Aber egal, ich würde sagen, wir switchen jetzt wieder rein ins Gameplay. So, Leute, wir sind jetzt hier ins Double Guys mit der Alkoholbrille und, ey, das ist ungelogen gerade. Bro, das sieht alles so verschwommen aus und so, so richtig... Mich dreht es auch so im Kopf richtig, aber okay. Ich würde sagen, ich muss irgendwas in meiner Tastatur hier finden, ne? Und meine Maus und dann würde ich sagen, wir labern gar nicht viel. Wir werden jetzt mal direkt die erste Runde starten und ich sehe meinen Mauszeiger halt gar nicht. Wo ist mein Mauszeiger? Leute, ich sehe den Mauszeiger nicht. Ah, da ist er. Warte, ich muss da rüber jetzt. Ah, ich habe es gefunden. Okay, die Runde startet jetzt. Okay, sehr, sehr wichtig. Die Runde startet. Irgendwie, es kommt mir vor, als würde ich auch richtig tief hier sitzen. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Runde. Okay, die erste Runde hat jetzt hier geladen. Auf jeden Fall, ich erkenne Icy Heights, glaube ich, ne? So, okay. Äh, oh mein Gott. Ach, du Kacke. Bro, wo bin ich? Oh Gott, Leute, das wird richtig schwierig. Bro, ich sehe... Wo bin ich? Ah, ich sehe mich. Oh mein Gott. Das wird richtig... Wo laufe ich lang? Oh mein Gott. Ey, Leute, ich sage euch jetzt schon. Ey, das ist so schwer. Ey, wie soll ich denn damit einen Sieg holen? Bro, ich werde so viele Champs ausgeben müssen. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang. Ich glaube, ich bin da jetzt. Okay. Jetzt irgendwie... Jetzt hier hoch. Ey, ich sehe auch nicht... Ich glaube, wie viel... Ich glaube, vier von sechsten sind gerade qualifiziert. Also Leute, ich... Naja, das wird so bodenlos. Ich blicke ja gar nicht durch, wo ich gerade bin. Wo bin ich denn? Ey, es sind schon... Wie viele sind schon qualifiziert? Ich erkenne es nicht. Ich muss irgendwie hier hoch. Komm, wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Komm schon. Okay. Jetzt hier. Einfach springen. Oh mein Gott. Nein, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Nein. Ich muss die Brille mal kurz absetzen. Und... Digga. Ey. Leute, das ist so bodenlos schwer. Wir haben keine Ahnung. Oh mein Gott. Ey. Das ist so komisch mit dieser Brille. Wirklich. Es sieht alles so verschwommen aus, Bro. Das könnt ihr euch echt nicht ausdenken. Ich würde sagen, wie vorher schon gesagt, gehen wir jetzt hier in den Shop. So, das heißt, wir haben jetzt hier das neue Frozen-Glücksrad. Und wir machen jetzt hier einfach mal 10 Spins. Weil, äh, ihr wisst, Leute, äh, ich, äh, habe keinen Sieg geholt. Ich habe es echt nicht geschafft. Äh, also, äh, das wird richtig bodenlos, da einen Sieg zu holen. Ich weiß nicht, ich denke, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, direkt in den ersten 10 Spins den neuen Skin zu ziehen. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall krass. Ich glaube, an diesem Glücksrad ist es ja so, dass man quasi irgendwie nur so Ice-Skins ziehen kann. Also, alle Skins, die irgendwas so mit Schnee oder Eis zu tun haben. Äh, ich weiß auch nicht ganz. Aber okay, wir haben bisher hier kein Glück gehabt, was, äh, den neuen Special-Skin angeht. Also, äh, und, und, oh, oh, da war der Mann. Oh, eins daneben, Mann. Ich glaube, das ist jetzt der vorletzte Spin, glaube ich. Der vorletzte oder letzte Spin. Komm, oh, 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 Mann, ey. Bro, es war, er ist wieder so rübergesprungen. Ey, wie bodenlos. Ja, okay. Okay, Leute, als ihr seht, äh, lol, wir haben noch einen Spin. Okay, der letzte Spin. Der letzte Spin ist es und es... Hä, wir haben noch einen? Was? Okay, lol. Äh, aber wir haben keinen neuen Skin bekommen. Ja, okay. Waren die ersten 10 Spins? Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, ich setze mir jetzt hier wieder meine Brille auf. Brille sitzen und, oh mein Gott, das ist schon wieder alles so komisch. Ich muss den Start-Button finden. Oh, first try diesmal. Okay. Ich mal gucke. Mein Mention läuft so richtig komisch. Und, Digga, wo will ich denn hin, Alter? Bro, ich will... Hier dreht's alles, Junge. Das ist so komisch. Meine Hände auch. Die sehen so... Die bewegen sich einfach so. Das ist richtig... Es ist alles richtig komisch. Welche Map... Ah, das glaube ich Floorflip. Ja, okay. Also man erkennt noch so, so ein bisschen unscharf, so die Maps. Aber, äh, Bro, äh, das wird hier richtig schwer, hier in Sieg zu werden. Aber, okay, weil mein Bestes und ich seh auch irgendwie... Ich seh mich irgendwie doppelt. Ich weiß... Hä? Warte mal. Ich seh mich auch so komisch doppelt irgendwie. Ich muss kurz... Wer ist jetzt der Richtige? Ich glaub der Linke. Okay, und... Oh mein Gott, ey. Das wird so bodenlos. Ey, ich muss doch wenigstens ein Sieg hier schaffen. Dieser komischen Alkoholbrille. Komm schon. Ey, ist das... Ist das einfach grad... Weil ich los bin? Oder liegt das an der Brille, Leute? Äh, okay. Es liegt an der... Es liegt an der Brille. Bro, es ist so schwer. Ihr könnt euch das nicht ausdenken, hier in Sieg zu holen. Das ist so bodenlos. Komm schon. Ähm, ja. Gut. Da reden wir jetzt nicht drüber. Ey, es ist wirklich so schwer, Leute. Ey, ey. Ich... Ich... Ich mach... Ich tue jetzt grad nicht so. Also ohne Choke. Also jetzt wirklich nur Choke. Es ist wirklich bodenlos schwer. Und ich seh gar nicht, wie viele Leute sind schon qualifiziert. Wie viele... Ich glaub... Ist das ne... Ist das ne... Ne neun? Ne neun? Ne ne neun? Irgendwie sowas, glaub ich. So, komm jetzt. Und... Mann! Ey! Bro, es sind jetzt schon... Schon zwölf Leute, Trigger. Komm schon, bitte. Ja, okay. Ey, das... Ich seh schon, diese Challenge wird bodenlos. Ey, ich seh schon, das wird... Ey! Das ist so schwer, Leute. Ihr habt echt keine Ahnung. Es ist... Es sieht alles so... So richtig weird aus. So, dann würd ich sagen, Leute. Machen wir direkt unsere nächsten 10 Spitzel, Bro. Ich werd hier nur so pleite gehen. In diesem Video. Wegen dieser komischen Brille, weil, Leute... Digga, diese Brille... Ungelogen, Bro. Ich mach jetzt mal, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier am Glücksrad drehe. Wie sieht das aus? Boah. Oh nein, Digga. Das ist eigentlich immer erschwindelig, Digga. Höre! Wie die... Digga, die... Die drehen sich so richtig komisch. Das sieht so komisch aus, ey. Ich wünsch... Ich könnte euch das irgendwie so beschreiben, aber... Ich glaub, das lässt sich nicht beschreiben, Leute. Das sieht so komisch aus. Mit dieser Brille. Das ist auch bei der Ray so, äh... Das steht auch... Das ist, glaub ich, das höchste Level, was man quasi so kaufen kann. Das ist so dieses... Ich weiß nicht, in was das angegeben wird. Aber auf jeden Fall ist es so das Maximalste an... Promille-Simulationen oder so. Keine Ahnung. Die man kaufen kann, mal diesen Alkohol bringen. Und... Also, das sieht dann wirklich einfach so aus, als wäre man betrunken. Aber ist auch egal. Ich will jetzt hier den neuen Special Skits gehen, Junge. Komm schon! Ey! Ja, okay. Also, keine Ahnung. Ich glaub, wir haben da kein Glück, Leute. Also, nach 20 Spins hier immer noch keinen neuen... Fry's Vikery Skin. Der ist schon bodenlos. Ja, okay. Ist egal, Ladies and Gentlemen. Äh, wir... Wir... Wir machen das noch. Ich würd sagen, wir gehen jetzt rein in die nächste Runde. Und wir versuchen jetzt... Ich konzentrier mich jetzt. Ich gebe jetzt mein Bestes, um einen Sieg zu holen, Leute. Ich würd sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Let's go! Okay, die nächste Runde ist auf der Map-Teile voll. Und ich zieh hier wieder meine Brille an, Ladies and Gentlemen. Und, Digga, Teile voll. Sag ich euch jetzt schon. Das wird auch richtig bodenlos mit dieser Brille. Weil, äh... Ja, ich sag mal so, Leute. Ich... Wo ist meine Tastatur? Ach da. Weil ich hier auf Teile voll... Ey, da muss ich ja... Ah, ins... Ja, Digga, das war mir klar, dass das passieren wird. Digga! Ich... Das... Hier ist alles grün. Wo muss ich denn lang? Digga, das ist alles total... Warte, ich... Darüber? Hä? Oh mein Gott, ey, ich muss jetzt gewinnen. Komm schon bitte eine Runde. Wenn ich eine Runde betrunken gewinne, wäre das Flex. Ah, ja, genau. Harte, jetzt hier rüber. Jetzt hier rüber? Ne, ne, ne. Oh, ey. Ey, 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 das ist so unfair. Das sieht... Das sah grün aus, Digga. Hallo? Komm schon. Jetzt da lang? Ich dreh mich, weil... Ich seh hier... Hier seh ich besser. Ich muss die Kamera mal irgendwie so drehen, weil hier seh ich besser ein bisschen. Und jetzt? Ne, warte mal. Da lang. Ha? Ja! Ja! Ja, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! War ich der Letzte? Ich war der Letzte! Oh mein Gott, Digga! Das war ja so knapp, Alter. Holy moly! Ey, Leute, wie seh ich eigentlich aus? Seh ich gut aus? Schreibt mal in die Kommentare, ob ich gut aussehe. Ich weiß es nicht. Okay. Halbfinale. Äh. Cannon Climb. Okay. Cannon Climb. Das ist jetzt meine Map, Leute. Ich krieg das jetzt nicht hin, Leute. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich lauf einfach immer am Rand entlang. Immer dem Rand folgen, da kann nichts schief laufen. Okay. Wir folgen dem Rand, wir laufen dem Rand entlang. Okay. Oh? Oh, da ist irgendwas! Ey, diese komischen Bounce, Digga! Oh nein, ey! Ey, nein! Komm schon! Ich muss jetzt hier. Ich muss jetzt hier. Komm schon! Oh nein, wir müssen da hoch irgendwie? Okay. Digga, es ist alles so komisch. Ich hab echt keine Ahnung, das ist so weird. Was? Ich hab den Jump geschafft! Okay, komm jetzt. Irgendwie da... Äh, wo bin ich, Digga? Wo bin ich? Hä? Hä? Hallo? Ey, bitte qualifizieren! Komm schon! Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, ja, nein. Nein! Ey! Nein, nein, komm schon! Bitte, 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 bitte! Äh, 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 äh! Ja! Oh mein Gott! So wichtig! Ihr seid qualifiziert, Leute! Huhuhu! Okay. Jetzt geht's rein ins Finale. Let's go! Voll! Die Runde geht schon los! Oh nein! Oh nein! Oh nein, das ist doch Botbash! Oh, nö, Digi! Das ist doch grad... Das ist doch grad... Das ist nicht cool. Weil ich seh ja... Ich seh ja alles gefühlt richtig verschwommen und verzerrt und doppelt und dreifach. Bro, ich seh doch gar nicht, wo die Roboter sind. Hallo? Nein, 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 nein! Roboter! Nicht! Nicht rausfliegen! Komm schon! Ich brauch jetzt den Sieg! Bitte! Bitte! Ich... Ich... Ich lauf einfach... Immer in der Mitte. Ich lauf einfach... Wo ist der Strahl? Der ist, glaub ich, hier, oder? Ey, nein, nein! Hallo? Nicht da rein! Nicht in den Strahl! Nicht in den Strahl! Komm schon, bitte! Ich brauch... Nein! Ey, ey! Ey! Hallo, hallo, hallo! Spring! Ich seh nix! Ey! Hallo! Ich seh alles... Oh nein! Oh mein Gott! Bro, das wird richtig bodenlos! Ich... Ey! Der Letzte... Ist das der Letzte? Das ist der Letzte! Hier ist doch noch einer! Ja, komm! Ich boxe ihn raus hier, komm! Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getroffen? Habe ich aus? Warte, bin ich raus? Ja! Ich habe einen Sieg! Let's go! Okay, Leute. Wir haben einen Sieg mit der Alkoholbrille. Und... Oh mein Gott! Ey! Wie entspannt es auf einmal ist, normal zu sehen. Oh mein Gott, Alter! Holy moly! Ey! Aber sehr geil! Wir haben jetzt einfach einen Sieg mit der Alkoholbrille geholt. Das heißt, wir müssen jetzt hier diesmal nicht am neuen Glücksrad drehen. Äh... Das ist schon mal sehr geil. Da muss ich nicht so viele Champs ausgeben. Ich würde sagen, Ladies and Chattermates, wir gehen rein in die nächste Runde! Okay, Leute. Nächste Runde! Ich glaube, Eicy Heiz. Okay. Eicy Heiz lief vorhin nicht so gut. Aber jetzt wird besser laufen. Ich habe ein Gefühl. Aber langsam versuche ich mich ein bisschen an den Alkoholzustand zu gewöhnen, meine Freunde. Und ich glaube, ich weiß jetzt einfach, wie ich... Ich hoffe, ich hoffe, in die falsche Richtung. Bleh. Ey! Ey! Komm schon! Die... Ey! Hallo! Komm schon, bitte! Ich... Ich... Bro, wo bin ich denn? Ey! Ah da! Okay, komm! Ey! Jetzt bin ich gerade umgefallen. Komm schon! Leute, ich gebe jetzt mein Bestes. Okay, wir laufen jetzt. Wir laufen. Und... Wo muss ich lang? Da lang? Ich glaube, da lang. Okay, komm! Let's go! Ey! Hallo! Ey! Komm schon! Komm schon! Ne, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ey! Er ist runtergefallen! Hallo! Ey! Ey! Ey, bitte! Ich nehme mich doch noch qualifizieren. Komm schon, Mann! Bitte! Nein! Nein! Falsch! 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 Es ist falsch! Hallo! Komm schon! Ja! Ja, komm! Geh rein! Geh rein! Ja! Oh mein Gott! Das war ich wieder so close, Junge! Okay, ich würde sagen, wir gehen rein ins Halbfinale, Leute. Let's go! Oh mein Gott, Leute! Halbfinale Blockdash! Digga, Blockdash mit der Alkoholpulle wird so bodenlos, Digga! Weil ich muss ja immer genau das einzelne Feld treffen und ich sehe auch nicht, welche Blöcke die kaputten Blöcke sind und welche die ganzen sind. Also, das sieht alles gleich aus bei mir hier. Das wird, das, also Blockdash wird, glaube ich, wird eins der schwierigsten, äh, wird eins der schwierigsten Maps. Weil, ey, wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Ey! Ja! Oh mein Gott! Und jetzt? Oh mein Gott! Ey, das war's schon? Lol! Das waren ja die größten Bots, Digga! Geil! Sehr nice! Ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben eine Bot-Lobby oder sowas. Das war die war eine Arschkacke! Sehr wichtig! Okay, wir haben anscheinend gerade nicht so gute Gegner und wir haben wieder... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nicht schon wieder Bot-Bash! Digga! Komm schon! Okay! Hier laufen wir jetzt, wir müssen wieder in die Mitte reinlaufen. Wir müssen... Ey, ey, hallo! In die Mitte! Ich muss in die Mitte! Ich muss in die Mitte! Ey, komm schon! Ey! Hallo! Ich bin in die Mitte! Hä? Warum ist hier zwei... Ey, ich bin, glaube ich, da! Ich hab's gefunden, Leute! Ja! Nein, nein! Ey! 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 Nicht rausfliegen! Nicht rausfliegen! Könnte ich rausfliegen! Nicht rausfliegen! Nein! 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 Ey! 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 Ah! Mann! Wer hat sie gewonnen? Was steht da? Menz... Was? Menzo... Menzi... Hä? Was ist das? Ein I oder? Menzi... Ja, egal! Ladies and Gentlemen! Oh! Wir haben die nächste Runde wieder verloren, leider! Tja, was soll man machen? Ich würde sagen, das heißt, wir gehen hier direkt wieder in unseren Shop rein und machen hier die nächsten 10 Spins in der Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt hier die Frozen Valkyrie ziehen. Komm schon! Frozen Valkyrie! La 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 la! Komm schon, bitte! Ey! Ich will nicht noch eine Runde zocken! Die Runde reicht doch jetzt! Komm schon! Du musst jetzt langsam kommen! Ich hab echt schon langsam... Ja, da war sie! Mach, Mann! Ich hab echt schon langsam Kopfschmerzen, weil diese Brille... Oh mein Gott! Wirklich, Leute! Digga! Ich brauch diesen Frozen Valkyrie! Es geht da, war er, ja! Oh mein Gott! Digga! Ey, ich muss den noch langsam mal bekommen, bitte! Komm schon! Ja, da war er! Da ist er! Ach, Mann! Digga, also, Leute! Wirklich, ich kann nicht noch länger! Ich hab wirklich schon langsam Kopfschmerzen von dieser Brille, wirklich! Das ist alles so, ich bin so, du bist an so einem Rausch! Das ist wirklich bodenlos! Also, das ist, äh, keine Ahnung, das ist richtig komisch! Aber egal, komm schon! Ich hab' ich vorletzt oder letzter Spin jetzt! Komm schon! Ich brauch' den Frozen Valkyrie Skin! Oh, wir haben... Oh, dieses Skin zu ziehen, ist eine Wahrscheinlichkeit von 1% in dem Glücksrad! Hab' ich grad einfach einen 1%-Wahrscheinlichkeits-Skin gezogen? Ja, also, ich weiß auch nicht, Leute! Digga, dieses... Dieses Glücksrad gönnt nicht! Ich weiß nicht, warum, aber... Okay, ich würd' sagen, wir machen jetzt noch eine allerletzte Runde! Und wenn wir jetzt da kein Frozen Valkyrie ziehen, Bruder, dann war's das aber kompletterino! Ne, anders! Wir zocken heute so lange, bis wir den ziehen! So ein Ding ist das, Junge! Erst dann wird aufgehört! Komm! Komm schon! Die Runde ist es jetzt, Leute! Ich merk' das! Wir gehen rein in die nächste Runde! Let's go! Wir sind schon wieder auf Eiseheiz, Bro! Also, irgendwas ist da noch faul! Was ist heute mit Eiseheiz hier los? Bro! Ey, komm schon! Ey, bitte! Also, langsam... Langsam muss ja wirklich hier ein bisschen... Ein bisschen, äh... Ein bisschen, ja, Dingens hier! Ne? Also, wir wollen jetzt heute schon oft auf Eiseheiz... Also, langsam muss ich das hier mal ein bisschen raushaben, unter Alkoholzustand Eiseheiz zu spielen! Ich weiß nicht! Sind schon, wer ich im Ziel, Leute? Ich seh's nicht! Und ich bin grad... Bro! Ich bin grad gut dabei! Bro! Obwohl ich eigentlich gefühlt nix sehe, bin ich sehr gut dabei! Nein, was war das jetzt? Bro, was war das? Ey, Digga! Ey, Bro, wirklich! Das war das... Bro, ich... Ach, der... Nein, nein, nein! Ich komm... Der... Digga, nein, nein! Ey, komm schon, Bro! Mach doch jetzt... Mach doch jetzt nicht diesen, Digga! Wie viele sind schon im Ziel drin? Ich seh... Man! Warum denn schon wieder so? So nicht stark am Anfang! Bro! Ey! Das ist doch unfair! Hallo, wo ist der... Wo ist der Verlassen-Button? Ich will jetzt nicht zuschauen. Wo ist der Verlassen-Button? Ich find den nicht. Ich hab ihn! Ey, Bro, das ist so schwer. Das kannst du dir nicht ausdenken, Digga! Wo ist jetzt hier der Verlassen-Knopf? Hallo? Ich seh meinen Mauszeiger nicht! Ich würd's sagen, Leute, wir gehen jetzt in den Shop und machen hier jetzt noch mal ein Spin an dem Glücksrad. Aber ist auch egal. Ich will jetzt wieder neue Special-Skin ziehen, Junge! Komm schon! Ey! Der gönnt nicht! Komm schon, bitte jetzt einen neuen Special-Skin, bitte! Komm schon, Mann! Ja! 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 Boom! Ja! Let's go! Da ist er! Frozen Valkyrie! Zu! Endlich, Junge! Bam! Wie heftig, dass wir den jetzt gezogen haben, Digga! Ey, ich sag euch auch ehrlich! Ich hab hier schon so Kopfschmerzen, Bro! Wurde auch Zeit, dass wir den gezogen haben! Komm schon! Wir scrollen jetzt hier nach unten! Ich will jetzt hier unten den Frozen Valkyrie-Skin haben! Komm schon! Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du, Frozen Valkyrie? Komm schon! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Und... Ja! Da ist er! Bro! Wie heftig sieht er aus! Geisteskrank! Und Digga! Wir haben, ne? Digga! Wir haben jeden Special Skin! Schaut euch mal an, wie das aussieht! Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Special Skins! Bro! Das sieht so geisteskrank aus! Oh mein Gott, Leute! Sehr, sehr geil! Also, ich würde sagen, Leute! Lasst für dieses kranke Video jetzt auf Ehren! Einen Like und ein Abo da! Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video! Haut da rein! Bis dahin! Ich bin raus! Ciao! Kakao! Erdbeerstrauch! Dicker Bauch! Ja, rappen kann ich auch! Das war's mit dem Video! Ciao!